Wo wollen wir jumpen? Holi, ja Holi, genau. Let's go. Soll ich mich lauter machen? Nein, nein, alles gut. Alles gut. Wie alt bist du, Azize? 18, ne? 18. 18. Aber ich werde 19 jetzt, drei Monate. Wann wirst du 19? Drei Monate. Hm, okay. Sympathisch. Kaum Land, wo ich lande, hier in der Mitte. Ja, komm mal hierher, wo ich bin, hier in der Mitte. Das ist der beste Spot. Papa und so, okay. Warum werde ich heute von einem Papa genannt? Ich weiß auch nicht. Wild. Mein Gott, ist das nur dein Pumpgun? Jaja, die ist gewöhnungsbedürftig. Ja, ehrlich. Also ich habe seit einem halben Jahr nicht mal gespielt, also... Ja, alle erwarten jetzt von dir High-Quality-Gameplay, ne? Ach so. Ehrlich. Leute, die in dem Chat, die sagen, Dings, Alter. Du musst zeigen, was du kannst und so. Ich bin heute einfach Papa, die Gaffee. Oh, ihr Gegner? Ja, hier. Alles gut, ich habe den. Ah, du weißt gar nicht, weißt du, dass man Leute zu verhören kann? Ja, ja, das weiß ich. Äh, warte, wo ist ein Mage? Ey. Ah, sein Maid ist hier, guck mal, sein Maid ist hier, der ist hier. Sein Maid ist hier. Ich glaube, sein Maid ist absolut los. Oh, hier, hier. Also One, ja. Oh mein Gott, die Papke ist doch richtig scheiße, Mann. Die ist richtig scheiße, hier. Ist das das? Hier ist Lagerfeuer, ne? Ich habe mir richtig das. Sie wollen alle Babi, Babi, Babi. Hier ist ein Lagerfeuer. Die Papke ist doch richtig schade. Ja, die ist echt gewöhnungsbedürftig, aber die macht gut Schaden. Die macht echt gut Schaden, aber die ist echt komisch irgendwie, ja. Ja, fühle ich. So. Oh mein Gott, meine ganze Web ist ein Fragezeichen. Ah, stimmt. Du kennst ja die Orte gar nicht alle. Oli ist auf jeden Fall mein Lieblingsspot, damit du Bescheid weißt. Oli ist mein Spot. Ich habe ein Mini hier für dich. Oh, guck. Du warst fast Schledder als ich. Ey, ich lege ab und zu, oder? Du lege ab und zu, oder? Du lege ab und zu, oder? Ja, keine Ahnung. Ich nehme meine Geschwister-Spieleide gerade auch auf. Ja. Stabil, Alter. Stabil, äh? Stabil, äh? So, ich habe ein Biggie hier für dich. Ja, wir können. Wir müssen aber ein bisschen lupen, das wäre nice. Am Ende verkacken wir, weil wir scheiß Wasser haben. Boah, lass mal, das war jetzt irgendwo hingehen. Komm, es gibt keinen Hotspot. Schwierig. Müsste gucken. Du willst Action, Digga? Gleich kommen die ersten Leute, du verlierst direkt gegen die. So ein Ding wird das. Was darfst du? Ich bin alles schön. Ja, sehen wir jetzt gleich. Gib mir 100% sicher, du bist so sterben einfach. Auf ganz entspannende Hasen. Ja, das ist deine erste Runde. Ausrede. Ausrede. Meine auch. Ja, ja. Ehrlich. Ich habe gar nicht gespielt. Das ist meine erste Runde. So, come on. Come on. Oh, hast du eine neue Chick? Wie? Warum eine neue Chick? Wann hatte ich mal eine Chick, hä? Hä? Wie hast du eine neue Chick? Man denkt, ich wechseln Chicks hier wie Unterwäsche. Chill doch mal. Hä? Nicht? Ja, ich bin nicht so einer. Ich bin bedeckt. Ich habe nichts mit Frauen zu tun. Sag ich dir ehrlich. Oh mein Gott. Wie alt sind hier jetzt? Äh. Guten Morgen. Hast du irgendwas? Also hier sagt sie. Ja, ja. Ich habe Bigi und Minis habe ich. Ich habe zwei Minis. Kannst du meinen Bigi mitnehmen? Ja. Nee, kann ich nicht. Ich habe drei Bigis. Ich habe drei Bigis. Ich kann nicht. Nimm die Splashes mit. Splash. Okay, mache ich. Papa. Gibt es jetzt noch zwei Pumpkas im Game? Äh. Äh. Ja, ich glaube schon, oder? Ja, doch. Eigentlich schon. Ah, die haben... Vorne ist manchmal zu wild mit Updates und so. Kennst du doch? Oh mein Gott. Da ist ein Gegner. Oh, okay. Da vorne bei den Eingarten. Eingarten. Ja, easy, easy, easy. Ich sehe dich. Oh mein Gott. Ich hätte mich selber getroffen. Wie? Das war die schlechtesten Nades aller Zeiten. Einfach. Der ist alleine? Nee, da haben wir auch einen. Oh mein Gott, bei mir. Ein. Du machst was, ey. Ich beliebe, ich beliebe. Ich... Ich würde nicht. Der ist voll schlecht, Mann. Bro. Ja, ich habe den ein. Ich habe den. Beide geholt, Mann. Mein Gott. Immer muss man hier alle Leute holen, Alter. Meine Fresse. Muss man wieder den Tiki aus sich rauslassen, Alter. Mein Gott, Digga. Du hast so geklaut, ne? Ich habe den ganzen Shit abgezogen. Alles gut, Digga. Immer muss man hier die Keels machen. Alle unfig. Oh mein Gott, ey. Alle unfig, Alter. Meine Fresse. Viel besser als so. Hab da gesehen gerade. Tiki. Wo ist dieser eine Diggi? Gib der mir mit. Jetzt kann ich den nehmen. Er war da auf dem Berg. Da oben. Auf dem Berg. Kurzzeit. Ich merke, aber anders. Wo waren wir eben? Ah, hier, 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 hier. Oh, ja. Ah, hier ist der. Alles gut. Man muss die Keels hier machen, ne? Weil sonst macht die ja keiner. Ja, ist immer leise. Ich bin viel besser als du. Alles gut, Digga. Ich weiß noch früher, wo wir gespielt haben, ne? Alles gut. Irgendwann ist auch so ein Fick-Gut-Gut-Guer wie ich. Hä, lol, was das denn? Hä, hier ist er. Hä, hier ist er. Hä? Ach so. Hä, wo ist die? Hä, die ist hier unter.. Hä, die ist hier unter.. Hä, lol. Die kann man nicht holen. Unter Müll. Hä,st du? Hä, wo ist die? Hä, die ist unter Müll, die kann man nicht holen. Digga. so kommen wir gehen weiter oder wollen wir so dass man so dass man zum lutrop was ist kein problem ich bin doch auch als retter bekannt hier in der community der allerechte der alle echte rente ich bin für die frauen da oder generell für die menschen auch der auch warum hat sie nur noch 20 magazin ohne sind ganz komisch ganz komisch ist ein anderer loodrop lasst ihr mal abchecken okay helikopter ist auf dem weg oh shit digger oh shit oh shit ich habe mir gute shots gegeben nein nein der bastard einfach mit seinen moves der bastard an der ganz oben ja ich habe den genut der ein ist genug sein ist auch der eine soll absolut los hier seien war all indigo juckt ich nicht no cap die die brest die 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 digger sie weiter was geht ihr ab digga dem um ein gott um ein gott die leute machen gar keinen spaß die nehmen das ernst als irgendwelche geld kapps alter oh mein gott überall leute überall ich schwöre wir sind voll die seltsche position ja richtige scheiß position sind wir oh mein gott er fickt mein leben komplett einfach durch die das durch sie nach durch sie mit dem doppel das durch sie durch die alter ohne scheiß digga und was für leute die schützen aber anders gerade ich habe mich für dich für dich ich auch nicht so viel ich glaube die bisschen schilder wir sind voll die armen menschen so kommen ist da immer dass sie bei jemals oh mein gott was geht hier ab wir müssen weg schön ist weg oh mein gott hier ist ein die vor mir die vor mir vor mir habt ihr ich brauche seine metz ich brauche seine metz ey dank hasena für die 50 euro digga hier damit kann man sich ein junge danke für die 50 euro als auf ehre danke man danke 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 so weiter geht's ja ja lasst du das benutzen drauf hier lasst weiter nach vorne das einfach nie weg komplett weg von den leuten hier sind leute weg geflogen alles gut die haben alle keine mates alter was das für opfer der bros hier sind welche hier hier bei o warte tschulders zeigt pass auf ob der metz hatte oh mein gott digga sieben kids habe ich wieviel dazu und du sagst du bist besser als ich leute müssen noch lernen und so nein ist kein körper ehrlich es ist so es ein fakt ja ja ich pass auf die eilen können essen scheiße genau vor uns ist einer offen ja auf das ist mein gott wir sollten aufpassen steht ich habe angst wir sollten gleich jumpen am besten macht mehr sinn als zu schwimmen warte kommt zu mir kommt zu mir kommt zu mir oder da sind da sind auch welche pass auf haben das jumpen ganz oben hier oben ja genau vor auch mein gott ja auch ja ich habe ich habe ihn einen schuss gegeben alles gut ich hole die ganzen leute hier auf ganz entspannen auf ganz entspannt habt ihr gesehen der onkel schon wieder der einzige der allerechte der man hat nur noch 20 schuss alter was soll das das ist ja richtig gelangt warum 20 schuss alter und schütze her und er hat diese bei dir alles gut so haben wir mehr menschen zu viele menschen ok die feiten gerade noch drei gegner am leben als diese wir können den episch 0 erste runde des tages eben scharf wäre sehr 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 dort mehr es wird zu bilder ist aber nicht so fast gut ok ich bin schon hier aber auch da sind welche die feiten da genau vor uns da hinten irgendwo dahin ich habe einen guten schatz gegeben ein bescheid auch ist so stark auch nicht so stark und auch kannst du leute ficken geht drei gegner noch am leben zwei sind auf jeden fall da wo ist der eine aber wir müssen in die zonen wir sind gar nicht in der zonen drinnen die können so ich habe auch kein ich hatte noch eins wo ist das wir müssen wir müssen die zonen auch ja auch nie wir sind tot ja auch ja auch ja auch die schwänze ich habe ich habe ich habe 55 gegeben alter ohne scheiß augen ist so kraftiger kaum kommen wir pushen kommen kommen wir pushen wie kurzen wir gehen all in warum sind wir nicht zusammen es wäre doch viel besser ja hier bei mir oben ist auch einer holen ich schwöre auf alles blumen ich war drauf das auch pass auf pass auf oh man nein ich habe sie doch geholt ich habe sie doch geholt ach man nein ey man ich zeige nur zwei mal ach man leider in einer von mir unten im bauch kann ich dich wieder beleben irgendwie ja eigentlich schon euch auf ihr geht's kannst du ja ja aufzeige jaa ja 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 Nein, du bist gestoppt. Ja, egal. Oh mein Gott, du kannst doch nicht fertig. Oh mein Gott, lost, das war 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 lost. Hätte ich holen müssen, den hätte ich wenigstens holen müssen. Das war schlecht. Alles gut, schade, schade. War ne gute Runde, schade, hätten wir holen können. Das war lost von mir, das war wirklich schlecht von mir. Den einen hätte ich holen müssen, der war echt schlecht. Mein Fehler, schade. Wie geht's hat ich, ach fuck, das war schlecht.